Sind Sie es leid, diesen schweren Staubsauger herumzuschleppen und in gebückter Haltung Kabel zu entwirren? Die Suche nach Steckdosen wird zur lästigen Pflicht. Haben Sie es satt, Möbelstücke zu verrücken und trotzdem nicht an den Schmutz zu kommen? Kabelsalat verursacht zu viel Stress. Es wird Zeit, Starlife Cordless weg kennenzulernen, den stressfreien und schnurlosen Staubsauger, mit dem Sie überall und ohne Unterbrechung hingelangen. Es handelt sich um ein komplettes Reinigungssystem mit unglaublicher Saugkraft, mit dem sämtlicher Schmutz schneller und einfacher beseitigt werden kann. Mit Starlife Cordless weg kommt man überall hin. Schwer zugängliche Bereiche drinnen und draußen, Obergeschoss, Erdgeschoss, sogar Auto oder Schuppen können gereinigt werden. Da man das Putzen nicht unterbrechen muss, spart man mit Starlife wertvolle Zeit. Man gelangt überall hin, ohne Möbelstücke verrücken zu müssen, was die Verwendung schneller und einfacher macht. Sehen Sie nur, wie schnell man von einem Raum in den anderen gelangt, ohne die Arbeit zu unterbrechen oder mit Kabeln zu kämpfen. Sie können jetzt Ihr Haus zweimal so schnell reinigen, mit Starlife Cordless weg. Starlife Cordless weg wiegt weniger als zwei Kilo. Man kann ihn mit einer Hand verwenden. Starlife Cordless weg gelangt dahin, wo die meisten anderen Staubsauger nicht hinkommen, ohne dass Kabel im Weg sind und hat einen Betriebsmodus mit zwei Geschwindigkeiten. Normale Geschwindigkeit für tägliche Reinigung und Turbo für extreme Verschmutzung. Und nach der Arbeit kann der Staubfangbehälter mit einem einfachen Knopfdruck entleert werden. Und das kompakte, raumsparende Design ermöglicht eine problemlose Aufbewahrung. Unser Starlife Cordless weg saugt den Schmutz mit Leichtigkeit auf Teppichböden, Holzböden, sogar Fliesen auf. Durch die leistungsstarke Schnurlostechnologie wird die Saugkraft verstärkt bis auf 30.000 Umdrehungen pro Minute. Er ist so leistungsstark, dass sogar diese Bowlingkugel problemlos angehoben werden kann. Echte, langanhaltende Saugkraft, mit der Staubpartikel, Allergene und Verunreinigungen aus der Luft zum Schutz ihrer Familie beseitigt werden. Holen Sie sich den bahnbrechenden Starlife Cordless weg und das komplette Reinigungssystem. Darin enthalten ist die Polstermöbeldüse für Ihre Stühle, Sofas oder Vorhänge. Die Staubdüse für Fenstersimse, Bücherschränke oder Regale. Die drehbare Universaldüse reinigt Deckenventilatoren und Jalousien. Die Elektronikdüse ist für Tastaturen und andere Geräte gedacht. Und mit der Ritzendüse gelangt man in besonders enge Bereiche. Unterkundigen Sie sich, wie Sie das Starlife Deluxe Modell bekommen können. Es beinhaltet die Premium-Turbobodendüse mit LED-Licht, um auch in der Dunkelheit verborgenen Schmutz beseitigen zu können. Der Flexschlauch für das Aussaugen Ihres Autos und das flexible Verlängerungsrohr lassen Sie überall hingelangen, ohne sich jemals bücken zu müssen. Sie bekommen alles zusammen zu einem erstaunlich niedrigen Preis. Es ist an der Zeit, dass Sie Starlife Cordless weg kennenlernen.